Play 69 ist im Haus, es geht ab. Alles cool bei dir, Bruder? Ist was anderes vorbereitet, als ich erwartet hätte? Ja, schlägt direkt los. Bin gespannt. Langsam ist es Zeit, dass ich euch die Augen öffne. Soll mir nur der glauben, der mir glauben möchte. Mhm, okay. Jamfam exklusiv. Gib ihm. Ich checke nicht, wieso mir gerade jeder schaden will. Ich hab mehr Wege gewesen als jedes Straßenschild. Doch die Hälfte meiner Brüder wurde heuchlerisch. Anfangs redete ich mir noch ein, ich täusche mich. Ich will die Augen schließen, doch hab jeden Winkel im Blick. Wollt nach vorne schauen, doch wurde dann von hinten gefickt. Ich hab gesagt, ich krieg das alles ganz bestimmt in den Griff. Und stand als allerletzter Mann auf einem sinkenden Schiff. Gegen diese Kopfschmerzen hilft kein Ibuprofen. Jeder, der mich ficken will, hat jetzt ein Riesenproblem. Freunde werden Feinde, das ist irgendwie schizophren. Doch ist nicht anders zu erwarten hier in diesem System. Damals ist noch alles echt gewesen, das war das beste Leben. Doch euer Neid und Hass haben mir den Rest gegeben. Doch macht euch keine Sorgen, mir geht das nicht schlecht. Deswegen eure falsche Art hat mir doch automatisch Recht gegeben. Denkt mal an die schönen Zeiten, die wir hatten. Soll man weinen oder lachen? Was bringt das alles, dass wir streiten und uns hassen? Ja wir machen Scheine, aber guckt was Scheine aus uns machen. Ich hab dieses Mal gelernt, es wird nie wieder wie früher. Freunde kommen, Freunde gehen und so schließen sich Türen. Bin bereit für Frieden und bereit um Kriege zu führen. Doch lass die Eltern aus dem Spiel, was kennt ihr denn dafür? Sag mal. Ich schreib gerade eure Abschiedsbriefe. Das hier ist kein Diss, denn ich bekämpfe Hass mit Liebe. Das ist wie Rolex gegen Plastik-Uhr. Das Denkmal, was ich setze gegen eine Schachfigur. Das bedeutet, wir sind nicht auf einer Wellenlänge. Mein Herz ist voller Risse, so wie Zellenwände. Ich hab die Scheiße satt aus Leidenschaft. Wurtreiner Hass aus reinem Hass. Wurzeit für das ihr mich lieber alleine lasst. Das, was ihr könnt, hab ich euch beigebracht. Das, was ihr zusammen macht, hab ich allein geschafft. Um das zu machen, was ich mache, habt ihr keine Kraft. Also gibt es jede Menge, was ihr zu beneiden habt. Und so ist jeder seinen Weg gegangen. Ich hab nicht mehr als ein bisschen Loyalität verlangt. Ich hab gedacht, ich teil die schöne Zeit mit meinen besten 5000 Freunden auf Facebook. aber noch keinen echten. Wer von euch hat mir denn außer dem geholfen? Jetzt kennen die Wahrheit über 100.000, die mir folgen. Ist nicht alles selbstverständlich. Man könnte nicht alle Standards sehen. Ich kann die Brüder, die mir blieben, an der Hand abzählen. Das Leben zeigte mir die Sonnen und die Schattenseiten. Wieso konnte es nicht von Anfang an die Ratten zeigen? Es kommt, wie es kommen muss. Ich bleib mir treu. Ich hatte so viele Freunde, doch will keine neuen. No new friends. Das war's. Wow, ey. Wow. Play 69. Einmal von der Seite, ne? Auf jeden, ey. Die kam geil. Musst du sein. Krass gefasst. Danke. Musik. Die dich bewegt. Die dich bewegt. Die dich bewegt. Let's go! Hangal! Husk! Untertitelung des ZDF, 2020